Oder ist hier noch irgendwo... ...ne Aufgabe? Ne. Hoiii! Können wir da hochklettern eigentlich? An dieser... Nein, können wir nicht. Gut. Baaaahhhh! Hallo, Aufgabe bitte. Ich will mal kurz was testen, weil da ich jetzt grad sowieso blöd rumsuche... Kann ich die Aufgaben von diesem... Auswahlbildschirm hier anwählen oder wie? Tatsächlich Fünf Gaps finden Das sollten wir eigentlich auch hinbekommen So, okay Lady to Bleachers Das ist auch noch eine Nein, das ist nicht, schade Und das hier mit einer Seite Over the stairs Over the fucking stairs Nein, immer noch nicht, warum nicht Ach, verflucht Das ist ja bestimmt Way to tank Bei fünf Gaps finden das eigentlich echt nicht viel Wollen wir dafür noch so viel Zeit haben Ach, verflucht Okay Den haben wir leider schon Nein, oder auch nicht Over the stairs haben wir schon Ich hab gedacht, der geht so am Ende nochmal hoch Der kriegt leider seine scheiß Kanone nicht richtig rüber gedreht Ah, verdammt Das sind ganz viele Gräber, so wie es aussieht Die Kinder kamen hier nur um unser Team Rick, habt ihr keine Ideen? Oh, nicht so umkack Oh, nicht so umkack Äh, wo bin ich? Wo ist er? Hallo? Ist der da grad irgendwie rausgefallen? Ach so Hier Wieder denn Okay, schön Alter Komm schon Boah, ich bin nicht schon wieder auf so nem Kack Strebe gefallen Der kann nicht sein Komm hier, rein hier Zack 100 Punkte fehlen uns noch, also nicht dein Ernst, oder? Jetzt, komm, okay, kickflip Äh, ja komm, speichern mal Ich hab immer noch ein gutes Gefühl, auch wenn ein klassischen Heut echt gut drauf ist So, äh, hier Zweier, genau Ah Ah Was Wassup Me und Vladimir hier fühlen good tonight Hey, hey, hey Hey, hey Your lessons good in Moscow Oh, Vlad told me it was okay if we take a test spin You can't be serious Oh, man Bam's gonna be so jealous when he finds out about this Dude, stop it Oh, yeah, come on, under the bridge Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da George Smith grind, man Wooo! Wooo! Eric Dude, Eric Come on, man Open this thing Let me out Man, come on Eric When I saw him steal the guard's keys I knew he was up to something stupid I tried to stop him, but he wouldn't listen There's $700,000 in damages you're responsible for, no? No No, absolutely not I mean, not me This kid doesn't even skate for us anymore Get the check from the parents The kid's off the team You are very lucky your embassy has freed you Too bad your team has left you here to rot all by yourself, eh? Good luck finding your way home Haha So, ein Pedder Goodbye, schönes Moskau Ja, der Eric hat uns wieder mal verraten Obwohl er vorher noch gesagt hat Ja, alles gut Hier zu zweit verfolgt Ich bin hier und so Und jetzt wieder, ne? Uns alles ausbilden lassen, was er verbrochen hat Na gut, jetzt müssen wir irgendwie aus Moskau wieder rauskommen Äh Wir haben jetzt auch ein anderes Design, so wie es aussieht Sind wir jetzt so Rebellen-Design, so von wegen Ihr kömmt mich alle mal? Ich raste gleich aus, oder? Cloudbuster Hast du jetzt irgendwas getan, oder? Ja, hat sich was Was hatte ich denn vorher? Ich weiß, okay Oder hatten wir das geilsten Stuff? Ja, okay Ich glaub, das hatten wir, jo Gut, jetzt haben wir wieder unser verkacktes Board Wie man sieht, unten alles total verbraucht So muss das sein Gut, äh Keine Ahnung wie wir jetzt hier rauskommen Aber wir werden bestimmt nen Wegwindeln Oh, oh, oh my god Ach Schön, schönen Ballons Balken haben wir jetzt Eui, 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 eui. Toll. Jawoll, 2-0 Gap. Moment, der Stern da oben ist, hat er... Moment, hat er... Hab ich grad geblutet? Hat er Blut noch auf dem Boden vor mir? Na, sieht doch grad. Komm, gib mal Gas ein bisschen. Da, Blut, Blut, da, da, mein Gott. So, okay, jetzt müssen wir erstmal Aufgaben finden. Boah, eine Nase ist nervt. Ich kann gerade die lenken. Äh, ja, ist aber jetzt echt mal eine gute Frage, wie wir wieder rauskommen. Ich könnte mich jetzt einfach wieder die Aufgaben anwählen, aber das ist mir natürlich zu leicht. Ah, der Unsichtaufgabe, ja, ich hab was gefunden, ah, weg, Gott. Äh, Telefonzelle, finde ich gut. Ein Anruf für dich, wie bei GTA. Hallo, Amerikaner. Wir hören, dass du aus Russland gehst. Wir können helfen. Aber erstens müssen wir sicher, dass du nicht folgen bist. Du möchtest unsere Kontakte in Ordnung. Die Fehler wird nicht toleriert. Geh! Okay, lerne die Partner gehen. Nein, 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 komm, ich schau auf, danke. Nein, nein, komm, ich schau auf, danke. Scheiße. Was ist denn? Ah, da oben bist du. Komm, steig, steig da ab. Ah, jetzt steig wieder auf. Alter! Zugzui! Ah, lauf! So, okay. Warum gerade in der Reihenfolge? Wer hat das denn bestimmt, dass das jetzt so die Hierarchie ist oder keine Ahnung, was das sein soll? Wir sehen alle auch so ein bisschen so wie, so normal so Menschen. Komm, komm! Ja! Ist jetzt mal gut, hab ich da jetzt endlich mal alle durch. Okay. Alexander sendet dir, ey? Du bist hier, um die Broadcast-Tower zu nehmen. Hier, putz dieses Magnet an deinem Bord. Dr. Tesla. Interessant. Du schaust über den Ruf. Die elektromagnetischen Färzen, die du kreieren, werden die Tower disablen. Trust me, I'm a scientist. Sieht auch so aus, Penner. Autsch. Autsch. 68 Spits. 15 Stück. Was ist los? Alles klar? Control the Media Minds. Nein, ich hab's jetzt nicht lesen können. Control the Media Control the Minds. Ach so, ah, okay. Schöne Gap, ich bin's coolen Namen. Ich weiß, ich muss da eigentlich keine Spits, nicht so ein weiteres Spits machen, aber so ein Cent. Hat ihr mir jetzt zwei hergegeben? Ja, und die geben mir dann zwei her, das ist nicht gut. Ja. Und noch Fünif. Und, ja, okay. Jetzt hab ich gerade einen 360 gekriegt, ey, ich glaub's ja nicht. So, und zwei, noch ein... 720! Nein, doch nicht! Ich hab zu früh gedrückt. Ja, komm, gib Gas hier, Mensch! So, und... Ein noch! Baaah! Deaktivierer den Turm. Es funktioniert. Danke für den Medienvergleich. Die Rewarden ist in US-Dollar, of course. Will kein Geld. Will ein Ticket. So. Vladimir Guberev. Mein Freund. Du magst russische Frauen? Nein, aber ich mag dein Auto. Oh, sicher. Aber ich mag ein ein-Wähn-Ticket in den USA sogar noch besser. Well, du magst russische Fahrzeuge? Ich brauche eine schreckliche Träktion auf diesen eissten Straßen. Aber ich brauche Mädchen für die Bosse-Party. Du kriegst ihn ab. Ich paye dich gut. Vielleicht genug, um dich zu Hause zu bekommen. Ich bin total cool. Das ist hier echt hohe Nadia. Ähm. Ich find das total cool. Das ist grad voll wie bei GTA. So kleine Missionen erfüllen, um Geld zu bekommen und so. Das find ich ziemlich cool. Echt. Haben die gut gemacht. Hallo Nadia. Bring Nadia zurück zu mir. Ah, verdammt. Mein Gott. Bodenhaftung hier. Mit diesen Autos haben wir nie Bodenhaftung. Wollt er nicht Frauen haben? Weil ich hab jetzt grad mal Frau. Ich stirb. Ah ne, gut. Da ist er. Bring Tatjana zu mir. Tatjana heißt echt meistens schöne Frauen. Boah. Fahr doch mal die Treppe da hoch, Mensch. Wo ist denn Tatjana? Ich find Tatjana nicht. Jetzt. Äh. Können wir hier hochfahren so ohne weiteres? Oder? Wo bist du denn? Mensch. Bist du hier hinten? Oder? Boah. Guck mal, wir grinden. So, noch mal. Probe jetzt mal die Nadia wieder ab. Äh. Das ist schon wieder so unklug, dass ich hier langfahre, ne? Echt mal. Wow, die Handbremse. Ist das der Hammer? Oh. So, wir haben leider schon wieder getötet. Nicht gut. So, okay. Mein Gott. Bist du grad auch langgefahren? Ich weiß nicht. Wie hört sich das komisch an? Gehört sich die Musik so, oder? Nein, ich bin schon wieder falsch. Nein, 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 nein. Ich muss wieder unten lang. Genau. Das war auch grad mein Problem, glaub ich, was ich hatte. Fahr, 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 fahr. Ach, jetzt lass doch mal hier in Ruhe den Kram. Wo ist Tatjana? Bist du Tatjana? Ja, es war Tatjana. Er bringt sich hierher. Fick dich. Vielleicht haben wir noch zwei, eins. Ja. Irina. Ist Irina auch ein russischer Name? Keine Ahnung. Ja, ich fahr hier erst mal wieder durch. Ich war jetzt hier lang und... Achso, das war schon okay. Ich hab die überhaupt nicht gesehen. Ich hab die nicht gesehen, dass sie näher dran ist als Tatjana. Ich kenn nur eine hier wieder, und die war dick. Svetlana. Können die noch ein paar russischen Namen... Vielleicht kommt noch... Natalie. Ist Natalie überhaupt ein russischer Name? Keine Ahnung. Ich glaub, das ist eher in einer Welt's Name. Oh, hol auch mal Riska ab. Wo bist du mal Riska? Bist du mal Riska? Ich hab mal Riska gefunden. Rita auch noch, ey. Wie hier im Pimbo-Beil oder was? Alter. So viel Platz hab ich auch nicht. Im Auto. Aber Riska passt noch rein. Dann bring ich sie alle zu mir zurück. Und... Bums! Gute Job, Mann. Ich bringe die Mädchen zu der Party von hier. Eine private Party. Du verstehst. Ich verstehe. Gut. Äh... Gap? Da war so hier so... Baaah! Wie das so Snowy Gap oder so'n Scheiß? Hei! Ja, natürlich. Gah!